Der Linomat Roller S100 für perfekte Farbtrennung und Begrenzung im Innen- und Außenbereich. Mit diesem Linomat Roller führt man exakte Farbtrennungen durch. Farbe aufnehmen, am Gitter abrollen, Stirnseite abstreifen. Die Walze auf der Fläche abrollen, damit sie gleichmäßig mit Farbe gedrängt wird. Die Borsten der Abdeckplatte ebenfalls mit Farbe benetzen. Von links nach rechts mit wenig Druck beginnen. Zurückrollen, immer mit wenig Druck schieben. In kurzen Zügen vor und zurück, Druck nach Bedarf verstärken. S200, Roller mit Schaumstoff für Dispersionsfarbe, 4 cm breit. Farbe aufnehmen, am Gitter abrollen, Stirnseite abstreifen. Die Walze muss gleichmässig mit Farbe gedrängt sein. Von links nach rechts mit wenig Druck rollen. Kurze Züge, maximal 15 cm. Begrenzung entlang der Decke. Ecke, Wand gegen Wand. Exakte Begrenzungen an Türrahmen, sowie an Stahlzargen. Ideal geeignet für exakte Begrenzungen an Profilleisten. Ein farbiges Band kann problemlos ausgeführt werden. Die Holzleiste dient als Anschlag. Ein Sockelstreifen kann frei Hand abgesetzt werden. Schmal 6 cm. Breit 12 cm. Linomat Pinsel S300. Ideal zum Begrenzen von Fensterscheiben. Perfektes Absetzen von Leisten und Profilen. Abdeckplatte vor dem Eintauchen zurückziehen. Bis Anschlag. Nicht zu viel Farbe aufnehmen. Abdeckplatte nach vorn schieben. Abdeckplatte exakt vor der Scheibe ansetzen. Nach rechts streichen und zurück. Platte abnehmen. Mit Pinsel die Ecke ausmalen. Fläche zulegen. Exakte Begrenzung entlang von Stoßleisten. Abdeckplatte zurückziehen und abnehmen. Die Beachtung der Gebrauchsanleitungen ist vorteilhaft und sehr zu empfehlen. Abdeckplatte. Abdeckplatte aus enjoyed es. Verstehung.